ladies and gentlemen willkommen zu einem kleinen merkwürdigen video wenn ihr euch jetzt fragt wo ich jetzt am hanker bin was es für items sind und so weiter und wieso hier eine kabel rumliegt und hier alles voller typesetting tables ist ich weiß es gerade selber nicht ich wollte gerade einfach nur ein bisschen noch im infinity sky block arbeiten und naja ich musste einmal kurz auf den single player wechseln weil es da ein problemchen gab aber ihr seht ja was im single player für eine map entstanden ist wir haben hier erfolgreich eine kaputte map von meiner world league galaxy ja ich weiß gerade nicht was ich dazu sagen soll ne so wollte ich gerade mal ganz kurz hier so ein bisschen zeigen hier jene alter wo wart zum alter wird ist hier los das ist hier passiert ja hier mal wohl keinem übel nicht wissen ja gehen wir doch mal in die wundervolle welt herein ich will jetzt nicht wissen ich versuch's einfach mal ich will mal schauen ob ich in den game mode komme wow kommen wir sogar wirklich was haben wir denn hier feines mit wird da sieht mir irgendwie aus wie wollten gold ich wenn ich jetzt so mache oh kriege ich doch freindeln alles klar äh ja schauen wir ja mal die welt da oben man ich hab da so ein bisschen angst gerade vor also hier war ja noch die reconnium seeds mhm space chamber cinnamon wood material absorber ja skystone slabs ja ja mhm alter was ist hier passiert ja walnuts hatte ich auch im boden was ist hier alles schiefgegangen ja wundervolle 17 fps irgendwie ja oh ja super alter wie sie ich weiß halt nicht ob ich mich in den nether trauen soll oder nicht mining world ist ja weg äh ja hier meine wundervolle alte basis in anführungszeichen sind jetzt nur zwei big buttons ok so ein kaputter kuchen und nallyday cake ok ja iron tank wall oh stone ist da alter das tut irgendwie ein bisschen weh alter boah ja komm wir versuchen jetzt einmal ganz kurz in den nether zu gehen ich habe irgendwie gefühlt jetzt wird es gleich crashen und 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 alter das sieht kaputt ähm das sieht nicht gesund aus was ist hier passiert metamorphic boah alter boah hier ist es gerade richtig hart am lenken was ist das was ist das ich frage erst gar nicht wie dieser bug entstanden ist ne ich würde sagen ihr seht ja wie das hier am lenken ist ich habe das glaube ich gerade erst von zwölf zehn nein also ich habe schon leistungsmäßigen pc aber das ist echt schräftig alles klar gut ich bin jetzt einfach mal hier wo sollte so ein kleines spassvideo werden ich habe auch keine ahnung wieso ich ähm hier wundervoll einmal ein routing table am tragen bin ne perpetuum lokomotiv creative only electric lokomotiv und am kopf steam lokomotiv ich habe keine ahnung alles klar gut dann sehen wir uns dann bei einem weiteren video demnächst mal bis dahin tschüss als ich wie ich Vielen Dank.